so unsere mission für heute ist außen streichen genau also eigentlich haben wir keine zeit mehr dafür wir haben noch drei tage und es ist drin noch nicht alles fertig wir haben noch kein bett kein klo aber es ist nur spaß es sieht gut aus wir streichen mal draußen wir sind einfach doof und wir dachten das könnte cooler sehen so ich wollte türkis es gab ewig lang vorher diskussion warum türkis und wir finden kein türkis und alles ist scheiße und warum ich mich nicht mit alternativen zufrieden gebe und einmal türkis sind doch gefunden und habe es nicht genommen ist egal wir haben noch eine andere farbe und das werden wir jetzt machen wir haben uns für grün entschieden und ja es war definitiv ein sehr großer fehler es sieht einfach nur so richtig scheiße aus die farbe deckt nicht gut wir sehen aus wie ein altes polizei auto von 1800 ich weiß es nicht katastrophal oder katastrophal so kann es nicht bleiben sind jetzt also wieder eine stunde lang zum baumarkt gefahren haben neue farbe gekauft wir sind gerade dabei unsere trocken trennt toilette selbst zu bauen aber steve scheint nicht so happy zu sein irgendwas stimmt nicht sagte ich weiß nicht was das gefällt ihm nicht da ist das gute stück das neue klo nimmt langsam form an so sitz das fühlt sich nicht sehr stabil an wir sind jetzt mit einer stunde verspätung eine stunde 10 minuten verspätung losgefahren wir sind jetzt noch in frankreich es ist ja jetzt 16.30 Uhr glaube ich bis jetzt sieht alles gut aus auf nach hamburg ich habe vielleicht so zwei drei stunden geschlafen du vielleicht vier fünf so müde also erstmal hat Steve wieder schnauze voll gehabt gestern abend wieder doch noch wasser reinkommt hier hinten das ist ein taschentuch hier verstückt habe das ist ein taschentuch da hinten das ist ein taschentuch da hinten ich wollte nicht tropfen kriegen gemacht also da müssen wir doch nochmal irgendwie das reparieren aber irgendwie haben wir ja schon alles mit silikon vorgestopft ich weiß nicht was wir dann noch reparieren müssen aber das gute ist der fliegt das ist ja nicht meine aufgabe das rauszufinden wir sind dann ins bett gegangen und dann hat es super doll geregnet und mit der lautstärke kann man einfach nicht schlafen dann machen wir mal los Arrival Terminal Oswaldskai Rocky steht hier neben ganz vielen großen Brüdern und warte Rocky hat es geschafft leider nicht mit wegbringen denn es darf nur eine Person in das Hafengelände gehen und Steve sovier ist noch seine Warnweste weil ohne Warnweste da kann ich reinfahren das dürfen wir nicht wenn ich ihn sehe er findet es nicht und das ist bestimmt schon wieder aus aber ich finde es schön ich finde es noch schön und jetzt fährt er gleich los durchs Terminal und dann ist Rocky weg mal gucken ob er wieder gut auf der anderen Seite rauskommt ich stehe ja beim Müll es stinkt echt ein bisschen ich glaube wir stinken auch irgendwie nicht geduscht gestern und unsere Zähne nicht gepritzt heute und es macht auch keinen großen Unterschied mehr auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall